Hallöchen YouTube, ich hatte vorhin kurz die Gesellschaft von diesem... ...Hintenfisch. Aber dann ist es dann so blöd geworden, dass ich anscheinend irgendwie nur... ...AFK war oder so. Deshalb ist jetzt nicht hier eine Spinne. Okay. Okay. So, zum Query. Man zieht jetzt gerade, er baut glaube ich ab, ne? Ja, gut. Und da er abbaut, zieht man. Beziehungsweise merkt man, dass es nicht nach oben rausploppt, sondern einfach hier unten rein geht. Und jetzt kommt anscheinend die Pumpanlage drüben schon wieder nicht mehr zusammen. Und dann hat so ein paar kleine Probleme. Du blödes Vieh. Bettelt hier um Aufmerksamkeit. Aber das ist wirklich weggelaufen dann, oder? Hat mich einmal, zweimal angeschlagen und dann interessiert mich nicht mehr. Das ist mir zu blöd. Tja. Hat anscheinend ein eingebautes Intelligenzmesser. Mit dem kann man sicher gut Brot aufstreichen. Ha! Oh Gott. Oh mein Gott. Es ist... ...der Ghost Query. Ist das eigentlich hier standardmäßig, oder ist das ein Feature, oder wie? Oder was? Haie wären auch ganz interessant, eigentlich mal so nebenbei. He! Warte mal, warte mal, warte mal. Jetzt mal ein bisschen... Ich mach gleich ein bisschen mehr Ton, ne? Wenn's denn will. Ja. Jetzt kann ich gerade nicht, wenn's will. Jetzt hört man's wieder ein bisschen besser in In-Game-Sound. He! Das betrifft ja aber komischerweise... Also es ist eine Software-Lösung, fällt mir gerade mal so auf. Also, nicht gerade mal so, aber... ...bemerke ich mal gerade so am Rande. Dieses Dolby. Ich fänd's ja eigentlich ganz nett, wenn's... Naja... Ja... Egal, ich hab den letzten Satz nie angefangen. Ja... Wie ist das eigentlich so, wenn man's nicht verträgt, wenn ein Satz un... ...fertig... ...so gelassen wird, wie er gerade... ...da ist? Ist schlimm, oder? Ich glaube, solche Leute verschrecke ich ziemlich häufig. Also... ...beziehungsweise ziemlich hochprozentig. Ha! Hab ich Alkohol. Ähm... Gut. Schön. Ich wollte noch... Ähm... Achso, genau, ich habe... ...hier auch noch, so ein bisschen. Und das wollte ich eigentlich... Ach Gott, das ist ja... Na! Ich kann das nicht leiden. Also, wie gesagt, ich... ...wenn's jemand... ...weiß, wie man hier, äh... Oh Gott! Da geht ja gar nichts voran. Schade! Zack, zack! Nein! Das war die 15. So, wenn man hier... ...müsste jetzt ein... ...genau, Teil durchfließen. Dann aber gleich wieder zurückkommt. Zack, zack, zack. Und dann haben wir die Kühlung hier an. Und hier... ...komischerweise... ...Geldwiss. Wer auch immer das so gemacht hat. Muss ein wirklicher Idiot gewesen sein. Oder immer noch sein. Äh... Wir brauchen ein paar... Ne, brauchen wir gar nicht. Okay. Ich werde trotzdem ein paar dazu werfen. Einfach weil ich's kann. Weil hier noch ein halbes Deck drin ist. Ist ja auch nicht ganz irrelevant, ne? Ich hab die ganze Zeit jetzt Angst, dass mich hier ein Zombie einschlägt. War ja letztens das Attentat hier drüben. Da war aber leider keine Aufnahme da. Nö. Ne, so. Äh, ich wollte... ...genau, rüber. Nie weiß was eigentlich... Ich mach einfach mal schnell vorhin noch was. Obwohl im Nether... Funktioniert ja nicht so wirklich. Hm... Tja, das ist jetzt ein bisschen blöd. Ähm... Egal, ich mach ihn trotzdem. Ich bräuchte hierzu einmal... Äh... Da mal... Chess-Card, Mine-Card, Mine-Card... Ähm... 2,27... Die sollten... ...hinkommen. Hoffe ich einfach mal. Das kann ja so... Keine Ahnung. Aber naja. So... Zack, zack, zack. Zack. Zack, zack. Ne, das ist Schwachsinn. Egal, ich lass jetzt einfach mal. Und nehm mir einfach zu sich noch ein paar hier raus. Kann es sein, dass ich die irgendwann nochmal so brauche in der Form. Ähm... Hier brauch ich einen. Für den... Diamond-Bore-Head. Ja. Wir machen uns dieses Teil jetzt. Wir brauchen dazu dann auch noch... Mhhh... Wir haben mal... Äh... Drei Mine-Cards nehmen wir mal. Dann brauchen wir noch... Eine Kiste. Der Wind nervt grad so ein bisschen. Aber das ist jetzt nicht so schlimm. Mhhh... 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 Ach, die Furnace war es genau. Gegen Tunnelbore... Machen wir uns jetzt gerade mal... Mhhh... Zock, 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 zock. Zock, zock, zock. So, dann packen wir die auch mal hier rein. Und wir haben den Tunnelball. Ich glaub den packen wir in den gelben. Oder? Ja. Ja. Ja, warum nicht? Gut. Dann... Ähm... Hm. Ich hab das ganz ehrlich noch nie ausprobiert. Deshalb, äh... Ja, könnte es ein bisschen chaotischer werden. Ja. Mal sehen. Mal sehen. So, warte mal. Wir haben hier... Ein bisschen Kohle mit. Das haben wir hier mit. Nicht viel. Hier gar nichts. Und hier... Okay. Aber ein bisschen Kohle haben wir eben immer mit. Das ist ganz gut. So. Wie sich wohl unsere Queries jetzt grade schlagen. Ich hoffe, sie schlagen sich nicht gegenseitig, aber... Die sollten sich schlagen. Ganz gut nämlich. Äh... Ja. Aber sonst... Machen wir jetzt auch voller. Ist ja schön. Nehm... Gut. Wo demonstriere ich das denn am besten? Beziehungsweise probier's aus. Äh... So... Fangen wir einfach mal... Irgendwohin. Wird ja eventuell irgendwie funktionieren. Das Blöde ist halt immer, wenn dann irgendwelche Löcher... Löcher drin sind. Äh... Brrr... Jo. Irgendwo halt, wo er dann gräbt. Beziehungsweise teils tut, was er halt so macht. In seiner... In seiner... In seiner... Gelangweilten Zeit... Spanne... Ja. Ich fahr einfach mit dem... Mit der... Eisenbahn. Mein... 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 Mein Bahn... Mein... Ja... Irgendwie so... Eisenbahn. Ich sag einfach Eisenbahn. Gibt's dazu schon irgendeinen Namen von der Community oder von... Vielleicht... Notch dem Erschaffer selbst. Ich weiß ja gar nicht. Deshalb sag ich ja einfach nur... Eisenbahn. Weil mir nichts Besseres dazu einfällt. Aber ansonsten... Hm. Mal hier haben wir nämlich einfach mal an die 20 erreicht. Warte mal. Hier sind wir auf... Hier sind wir auf... Achthundert... Neunundfünfzig. Neunundfünfzig. Achthundert... Neunundsiebzig. Ja, da haben wir die... Ganz gut erreicht. Gut. Ich hab grad geschaut und... Vermutet, dass wir jetzt nur noch eine Viertelstunde haben. Also, dass wir schon über die Viertelstunde sind. Aber... Sind wir ja gar nicht. Machen wir einfach mal jetzt hier bei 10 Minuten... Schlüssel... Pause würde ich schon sagen. Weil ich schon im Kopf habe, dass ich... In die Zeit noch nicht aufhöre. Also... Nach der Zeit. Nicht um die Zeit, sondern nach der Zeit. Bis zweiundvierzig machen wir jetzt. Und kein Stück weiter. Dann bis 22. Junge. Junge. Jep. Jo... Ich würd schon noch sagen... Oder? Ja, egal. Mach mal einfach. Lalalalalala. Perfekt. Geht sich sehr schön aus. Pakt man die schon mal zurück. Die brauchen wir jetzt gerade mal nicht mehr. Äh, wie viel waren es? Ich... 2, 3, glaube ich. Ist ja 29. Ich weiß gerade nicht. Und da war, glaube ich, das letzte, ne? Achso, da hatte ich schon. Okay. Nein. Jetzt läuft es halt nicht mehr. Doch. Läuft noch. Hä? Okay, dann muss ich mal ein Blick draufwerfen. Das sieht mir gerade nicht so ganz im Geheuer aus. Eher Ungeheuer. Oh. So, ich würde sagen, was mache ich dann noch schnell? Hier und rein. Mit mir. Und schon sind wir wieder auf Highspeed. So ist er. Nö, das ist... Also das... Also das... Okay, bis auf... Bis auf das HUD ist eben... Dingens Optifine, der Zoom hier... Also tatsächlich nur einfach... den Bildschirm vergrößern und den... Was hat das jetzt schon wieder für ein Problem? Ich... Ich habe das doch gerichtet! Nö, 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 nö... Ach, das ist so ein schöner Bug wieder hier. Ja, geil. Ähm... Ja. Ich mag den Bug nicht. Das... Den erft total. Trainholding. Hier wollen wir den Detektor hier. Dann brauchen wir hier noch eins. Und hier. Ja, jetzt funktioniert es auf einmal wieder, ne? Ist klar. Damit ich wieder blöd dastehe. Das Spiel hat sich gegen mich verschworen. Ja, äh... Genau das wollte ich euch damit sagen. Dass ich das Spiel sehr gerne habe. Ja... Schon. So. Weit. Und... Ich... Werde... Die... Restliche... Folge... Null... Noch... So... Sprechen. Weil... Das... Sehr... Angenehm... Ist. Ne, Spaß. Ähm... Ich glaube, man könnte sich dran gewöhnen, ja? Durchaus. Durchaus. In der Tat. Genau, ich wollte noch hier in den Raum runter. Schauen, was ich hier so auf sich hat mit den... So, hier... Mama... Warum läuft hier dann die 95? Warum läuft hier dann die 95? Sag mir nicht, dass es das jetzt ist. Ne, hä? Kann es sein, dass es die umorientiert hat? Äh... Den Sender hier. Der braucht sonst dann die andere Richtung hier. Also hier an das Kabel, oder nicht? Achso, ne, der läuft eh. Warte mal, wenn ich jetzt dann hier... Warum hat es das denn... Empfangen, so hier? Und warum leuchtet hier... Achso, ne, der ist gar nicht hier. Das war ja nur die Zahl wegen... 100? Warum leuchtet jetzt der hunderte... Mein Gott, ich kenne mich hier schon gar nicht mehr aus! Schlimm! Wo war nochmal die 100 stationiert? Warte mal, ich habe doch hier... Äh, Ding! Wo ist denn die Map, die Map, die Map, die Map? Die Wiceless Map! Ähm... Kann ich da nicht... Ne? Okay... Okay... Ja... Ähm... Okay... Packen wir die mal weg... Wo war denn nochmal das Ding, äh... Gelben Beutel, glaube ich, oder? Ähm... Was hier drin? Ähm... Ne, anscheinend nicht. Okay... Dann zum, äh... Rosa-Bag. Genau, der Triangle-Later war das. So, wir haben hier die, äh... Wow. Die 100? Wo, wo ist die? Die Höhe wird halt nicht angezeigt, das ist schon klar, aber... Die 100? Ach, hier! Hä? Die 100? Ach, hier! Hä? Ähm... Ähm... Warum läuft das jetzt? Ist das eine Anzeige? Ne. What?! Was ist hier los?! Ja, das ist jetzt... Hier drin... Großer Fehler. Ja... Ähm... Man sollte eventuell nicht... Unbedingt... Eine Frequenz für zwei verschiedene Sachen... Die nichts miteinander zu tun haben... Verwenden... Das könnte eventuell ein bisschen blöd... Ausgehen... Wenn es was Wichtiges wäre. Oder was Ernstes. Ach Gott, das ist ja... Wann habe ich eigentlich die 10 Aktiv... Egal. Ich, ich, ähm... Ähm... Ja... Irgendwann, wenn ich... Genug... Lust oder Disziplin aufbringen kann... Werde ich mir ne Map dafür... Ne... Art Map dafür erstellen... Einfach ne... Ne Liste mit den ganzen Frequenzen... Weil... Äh... Es könnte auch blöd ausgehen... Sagen wir mal so, ne... Wenn es jetzt doch mal ernst wird... Ich hätte ja auch gern sowas, wo man dann... Alles auf einmal umstellen kann... Aber das gibt's ja leider nicht... Das muss man zumindest irgendwie... Wäre auch geil eigentlich so ein... Ding, wo man dann sagt... Ja, alle Empfänger... Die gerade die Frequenz 100 haben... Stellen wir auf 100 Einsummen... Dann hätte ich jetzt... Weniger Arbeit... Dann müsste ich nur... Das eine hinten in dem anderen Raum... Nochmal... Manuell umstellen... So, ich hoffe mal... Dass das jetzt... Schon, äh... Dass ich jetzt alle erwische... Alle richtigen vor allem... Ging sonst... Wird das später nicht ordentlich laufen... So, dann haben wir hier noch eins... Ist auch wichtig... Hier auch die 101... So, wo haben wir denn noch... Hier haben wir schon... Hier haben wir schon... Hier haben wir schon... Hier haben wir glaube ich auch schon, ne... Ja... Hier haben wir schon... Haben wir hier schon... Dann hier müssen wir noch... So viel Arbeit... Nur weil ich nicht ordentlich arbeite... Tja... Hier haben wir auch schon... Hier haben wir auch schon... Haben wir das hier schon? Ich glaube schon, ja... Ne... Haben wir nicht... Doch haben wir... Okay... Ansonsten... Das habe ich auch schon... Okay... Jetzt sollte das alles hinhauen... Okay... Jetzt haben wir dieses... Fehlerhafte... Äh... System auch mal ein bisschen... Bereinigt... Das ist schon mal nicht schlecht... Jetzt komme ich halt so nichts mehr in der Folge eigentlich... Ja, weil wir sind schon ewig über der Zeit... Also... Ja... Mal ein bisschen Fehler ausgemerzt... Ist... Ähm... Ja... Okay... So... Hier... Du kannst wieder laufen... Danke... Bitte... Gerne... Und so weiter... Und ich werde... Äh... Hier einfach mal ne... Also... Nicht ne Aufnahmepause machen... Aber... Die Aufnahme beenden... Viel schlimmer... Ja... Ähm... Vielleicht... Schaffen wir das nächste Mal... Irgendwas... Wär schön, wenn wir was... Mit dem... Boarhead... Ding... Ding... Äh... Tunnelbore weiterbringen würden... Oder was erreichen... Und... Sonst... So... Ja... Würde ich einfach mal sagen... Bis dahin!